Dazu müssen wir erst mal Hopfen dreschen. Hopfen dreschen. Hopfen dreschen. Oh ne, Alter, Philipp, bitte mach YouTube-Videos, ich brauch was zum Lachen. Oh ja, ist nicht mehr lustig. Hatte ich schon mal vor. Oh ja, komm bitte. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Also bei mir schon. Ja, aber gut. War das sowieso bei mir überlegen, aber ich weiß auch nicht. Ich glaub, ich brauch bloß die ersten Sekunden schon gucken und dann hab ich schon Lust die weiteren 10 Sekunden zu gucken. Ich hab bloß noch kein Projekt. Und was brauchst du denn ein Projekt? Ich hab nie ein Projekt, mach Videos. Ich muss ja irgendwas machen. Irgendwie so wünschen, dass ich ein paar Folgen da rauskriege. Ich hab den Tipp, Alter, besorg dir drei Meter Sehmaschine aus dem Zerj und fang an zu drillen. Das ist ne Volksgeheimnis. Der Philipp, du musst taktisch an die Sache rangehen. Ja klar, ja. Du musst was Neues, was Neues, wo es noch wenig Videos von gibt, machen. Und dann natürlich ein gutes Video machen. Und dann verbreiten. Und nicht nur auf den Youtube-Channel vergammeln lassen. Ja Philipp, du musst taktisch an die Sache rangehen. Ja, wo denn? Ja, ich kann's für dir noch mit. Ja, meld dich auf endlosen Mod-Seiten an, wo mal vorgestellt wird. Mach ein Video von diesem Mod und dann wirst du schon sehen. Ich mein, bei mir klappt's nicht auch immer, aber... Ja, ich fände... Ich bin dann bei dir auch immer mitfällig. Aber du musst gucken, guck mir mal. Du musst das erste Video angucken von der Mappinghausen, was ich gemacht hab. Da kam die Karte gerade ein, zwei Tage raus oder so. Das hat jetzt glaub ich schon fast 900 Aufrufe oder so. Ja ne, in jedem Stream läuft's dann immer von meinen Videos am Link immer durch. Oh ja. Was hast du gesagt? Was von Video war das? Mappinghausen. Mein erstes von Mappinghausen. Vom 17er. Bin jetzt gerade auf deinem Kanal. Du musst, glaub ich, als erstes sein. Das erste... Muss mal meine Playlist da gucken, irgendwie so. Ist das mit dem, wo wir Kors gemacht haben? Ne, 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 ne. Da hab ich alleine gespielt. Das ist, wenn du auf meiner Hauptseite bist. In der zweiten Playlist. Wo... Ich glaub da steht noch nächstes Teil, er zockt. Farming Simulator 17. Das erste Video davon. Da müsste irgendwie der Shop von Mappinghausen abgebildet sein. Kann ja auch nicht sagen, wie die Folge heißt. Dann hast du, glaub ich, noch ein Video gemacht auf Mappinghausen, ne? Mit Holz? Oder zwei? Ja, eins. Holz, glaub ich. Starner Playlist ist das erste Video. Also musst nach zurück gehen, weil das erste ist immer das Aktuellste, was so das ist. Also musst du nach rechts rüber gehen, so gesehen. Warte, ich guck, oder? Hier ist das Video, wo ich... Was? Du gemobbt, vor allem. Traut dich doch kein... Ach, ne, warte mal, das ist doch... Was gemobbt? Wo ist denn das hier? Da. Gleich ran ans Werk heißt das. 895 Aufrufe. 5 nach oben, 1 nach unten. In den Kommentaren. Da hab ich noch die ersten 10 Sekunden von meinem Trailer. Ach, hier! Ah, das war ja das, das war ja das, das war ja das, wo dein, dein Gas bedeutet, so quietscht hat. Ah, das. Quietscht immer noch. Das hört man bloß nicht mehr so. So. Ah, alles klar, jetzt. Jetzt kann ich mein 4-Stunden-Video HD gucken. Wir haben das hoch. Ich war noch nicht ganz hochgeladen, jetzt kann ich das gucken. 700... Was? 720p. Ok. Na ja. Alles klar. Wo ist denn hier meine Hexerfahrer? Wo ist denn der Dote? Wo kommst du eh hoch? Hier kommst du eh hoch. Was? Ja, was? Was machst du denn mit Kars? Komm, jetzt mit der Presse. Was, hier willst du bei uns pressen? Ja, ich will von der Karte fliegen, weißt? Ich will das nicht ganz so oft. Was willst du denn? Das wär die Krönung, wenn du jetzt von der Karte fliegst, ey. Das wär, das wär der goldene Abschluss heute, ey. Ja, und du musst aufpassen, man fliegt von der Karte, weißt du? Ich fahr da lang, passiert nix, und Philipp hat da hin... Oh, von der Blum. Wann isst du nicht? Kann alles passieren. Wär, wär zwar irgendwie blöd, aber... Ich hab ja auch vor uns runter geflogen, ich bin noch nie viel lang gefahren. Da hast du schon mit der aktuellen Version spielen. Das sind zwei. Na, die hatten ja auch die zwei. Na? Ja, ehrlich jetzt. Oh, dick. Das chainst. Ja, ich hab ja auch vor. Ja, ich hab ja auch vor. Ich hab ja auch vor, das geht schon mal. Also, was du als wasch dich machen, Junge? Du stinkst! Geh raus! Was? Geh raus, du stinkst! Du stinkst, Alter! Weh! Hey! Jetzt bin ich mal gespannt! Jetzt holst du schon, gerade vor der Gäste fahren? die das auch schnell mit der Presse ja die kann das öffnen, die ist ja noch neu Hallo Lutschpuppen fahren, wir sind hier, kann ich ein paar Lutschpuppen fahren muss ich viel langsamer fahren, Philipp hier, viel langsamer frische Stroh ich fahre und gebe Gas was ist sein Beep 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 So, können wir das nicht gleich verkaufen eigentlich, was haben wir ihn geladen, Gerste war das auch. Gerste. 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 Aufsilo. Äh. War es gut. Haps. Oh. Äh. Schade. Äh. Ab ins Lager. Schade. Schlager. Vad ist denn du, du rutschst bei dir weg? Ja, ich hab Piping. Hä? Wieso denn? Keine Ahnung. Wir müssen lösen, wollen wir mal drüber reden? User disconnected from your channel. Alles klar! Ich möchte Philipp ein bisschen angenehmer machen, wie ich's... Du... Ben geht... Du kannst absinnen und du kannst nicht gleich... Du musst dich sagen, mach, mach ich nicht gut! Du kannst dich... Du bist natürlich nicht... Das ist klar. Das war's. Oh Machst du das dann össerealistisch wie mir spielen hier? Ja Wir haben zum Glück keine Quaderballpresse, oh klar Da gehts los mit den Fermentern Junge Dann werden die Silos rausgerissen aus der Karte und werden da Fermenter hingestellt So einfach Wär auch schon die Idee, hatte ich überlegt ja, aber ich kann das ja nicht Gott sei Dank Nein, mal gucken Da ist noch nicht Im Winter wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht mit hoch Ne, hätte ich jetzt Aber so ein, was ich hier nicht durfte, so ein Lely kommt mit hoch Auf jeden Fall So So